Wie wollen wir ihn nennen? Neo? Agent Smith? Suchts euch aus. Die Leute sind immer ein langes Waffen haben, um ein Waffenarschiff auszutzen. Wo ist er denn jetzt hin? Hier ist er verschwunden. Alter, so ein Standard-Ein-Beset. Willst du gerade im Erdgeschoss rumlaufen? Ich bin im Erdgeschoss. Jetzt bin ich im Erdgeschoss. Ich gehe jetzt einen Stock weg nach oben. Du bist doch so klingelt wie Max. Wer weiß, was da wieder los ist. Verbindungs-Story in Kallen. Ja, ich habe Kallen oder sowas. Also bei mir läuft es auch super und dementsprechend wundere ich mich. Wer weiß, was es ist. Kann auch sein. Das sind eure besonderen Sound-Effekte, die wir extra für euch haben. Ja, genau. Das Matrix-Sound-File-Package. Oh, eine Jogginghose. Ich höre ihn wieder. Was hast du vorhin gesagt mit der Waffe und der Z? Keine Ahnung. Ich habe vorhin viel gesagt. Ich habe es aber nicht verstanden, weil halt ganz dieses Gelänge da war. Ich habe keine Ahnung. Kurzzeitgelächtnis ist nicht so gut. Das ist schlecht. So, was liegt denn hier? Oh, ein Seil. Wunderbar. Jetzt brauche ich nur einen Stock, dann brauche ich mir eine Angelroute. Dann bin ich glücklich. Ich kann dir Holz hacken hier draußen. Ne, ich brauche einen Ashwood-Stick. Die kann man, glaube ich, nicht hacken. Die kann man nur finden. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo. Das waren nur spezielle Gebäude, wo man die finden konnte. So, ich bin jetzt auf dem Dach. Da war ich schon. Ich habe mich von oben nach unten gearbeitet. Ah, was denn hier? Ich dachte, das ist die rote Jogginghose. Dann gehe ich mal wieder runter und suche mal dieses, oh, Gebäude. Das war so ein, wie so ein Klohäuschen sah das aus. Bist du hier gerade rumgelaufen? Ich bin gerade draußen. Ach, da läuft er. Wie ein Klohäuschen. Ja. Was soll da drin sein? Er steht in den Gärten von den Leuten, von den Häusern. Und neben dem Klohäuschen liegt immer so ein Ashwood-Stick. Ah. Darf ich an meinen noch her, wo ich den Bogen gebaut habe? Jetzt würde ich erst mal das Holzfälen testen hier. Chop Fire. Wollt mal gucken, wie das funktioniert. Musst du mehrmals machen. Das macht er halt nur einmal. Musst du immer wieder anklicken. Ich habe gar keinen Sound gehört. Ja, das ist Buggy. Der Ball wird dann irgendwann auf dich drauf fallen. Oder auch nicht. Und dann machst du dein Inventar jetzt auf. Drei Feuerholz. Cool. Oh, ist dann irgendwo einer? Oder hast du alle genommen? Ich habe es alles im Momental gehabt, automatisch. Ah gut. Ja, schön. Ist das super? Lass uns gleich ein Lagerfeuer machen. Ich habe Streichhölzer. Ich habe auch keinen Anzuntholz. Ja, stimmt ja. Müssen wir erst noch im Wald wiederfinden bei diesen Fahnen. Würmer müssen wir noch finden, ne? Aber nicht fürs Feuer machen. Ich würde ein paar Würmer essen. Hier, links ist ein Supermarkt. Brauchst du was zu essen? Ja, aber ich will jetzt erst mal den Stock suchen. Stöcke sind wichtiger wie Essen. Ich glaube, da ist so ein Häuschen, wenn ich mich die ganz täusche. Dixi, wenn es um die Wurst geht. Genau. Ich musste mich einmal in so ein Dixi-Klo begeben. Nie wieder. Nie wieder. Ach komm, das riecht doch interessant. Der Guck ist mir wurscht, aber es sah aus wie Hulle. Das ist das Klohäuschen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß mal genau, wie das aussah. Warum kann ich nicht mehr schnell gehen? Ah, jetzt. Kann sein, dass es ihn schon mal entweggelootet hat. Das kann auch ein ähnliches Häuschen gewesen sein. Ich weiß es echt nicht mehr. Es gibt ja einige, die so ähnlich aussehen hier. Kann doch sein, dass meine Informationen schon wieder so veraltet sind, dass sie es mittlerweile geändert haben. Ich weiß es nicht. Oh, Kürbis. Kann man die mitnehmen? Nee, geht nichts. Kein Auswahlmenü, nichts. Verdammt, ey. Wie sah das aus? Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass es diese Häuschen... Oh, ich bin... Oh. I feel unsteady in Rot. Und das Stick ist auch schon in Rot in meinem Inventar. Ich werde wahrscheinlich gleich umfallen. Ich kann den EpiPen reinjagen. Ah. Ach, da hinten ist auch nicht, dass ich das Augen außen verliere und dann stirbt er mir vor der Nase weg. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich sterben, ne? Ich vererbe dir mein Seil. Dann kannst du dir eine schöne Angel bauen. Scheiße, die Ashwood-Sticks gibt es nicht mehr. Die muss man jetzt wahrscheinlich wirklich sammeln. Irgendwo. Dann würde ich sagen, ähm... Lass uns doch mal... Hier runter zum Medical House gehen. Okay. In die Richtung. Bzw. müssen wir... Muss man gleich gucken. Ja, geh mal vor. Ich kenne den Weg nicht. Ja, wir folgen jetzt im Straßenverlauf. Ich bin doch schneller wie du. Ich checke eben noch die Hütte da oben. Wenn ich meine Angel habe, kann ich glücklich sterben. Ist nicht hier. Verdammte Scheiße. So, wo bist du? Ja. Follow me, Fremder. Follow me. Scheiß blaue Bären, ey. Hast du gerade gebrochen? Ne, gebrochen hat er noch nicht. Da war es draußen irgendein komisches Geräusch. Aber es wäre eigentlich mal eine gute Lösung, dass man sich selbst so einen Finger in den Hals stecken könnte, ne? Wenn man einem übel ist. Ja. Also, im realen Leben hätte ich das schon längst gemacht. Oh, die Fragen verschwinden langsam. No, komm. Wir schaffen das noch. Kann doch sein, dass es noch von dem... Wurde ich angeschossen oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, doch. Ich wurde von irgendeinem Zombie angegriffen. Verbinde dich. Hä? Blutest du? Ich habe es nicht verstanden. Ob du blutest? Nein. Verbunden habe ich mich. Aber ich glaube, es wird doch farbloser. Oder ich bilde mir das nur ein. Ich weiß es nicht. Also, bunt ist es nicht mehr. Das kann ich schon sagen. Dann hast du ein kleines Problem. Ob Antibiotika bei sowas helfen? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, ich habe ja keine Krankheit in dem Sinne. Ich habe eine Vergiftung. Probier das einfach mal. Wir sind auch fast da. Noch ein Stückchen. Wahrscheinlich muss ich andere Beeren essen, die mich wieder heilen. Ja, genau. Hier ist es doch. Wie heißen die Bohnen aus Dragon Ball Z? Äh... Du weißt, was ich meine. Gleich, was du meinst. So, was liegt hier? Ein Bluttest-Kit. Oh, eine schöne Jacke. Gleich mal anziehen. Sterbe ich nicht nackt? Oh, das bist du. Was denn? Bist du das hier drinne? Ja. Mit dem blauen Rucksack und dem Waffenholster? Oh, ich habe dich nicht reingehen sehen. Du warst plötzlich vor mir. Ich habe mich reingequetscht bei dir. Ich hätte dich beinahe erschossen. Ah, ich sterbe eh gleich. Was ist das hier? Vitamine. Ich haue einfach mal eine Packung Vitamine rein. Vielleicht hilft es. Schön knuspert. Das sind auch noch Vitamine. Jam, jam, jam. Was ist hier hinten? Keine Antibiotika, ne? Morphin. Ich kann dir Morphin noch geben. Das habe ich schon. Ja. Warte, ich fote mal eben eine ganze Packung. von dem Zeug hier. Wahrscheinlich kriege ich gleich eine Vitamine-Vergiftung. Ah, hier, ich habe Antibiotika. Nein. Das sagst du mir jetzt erst. Hier, liegen auf dem Boden. Ich sehe es gerade. Hä, sind die da gespawnt? Nein, die habe ich gerade hingelegt. Okay, ganz schnell reinpfeifen das Zeug. So, das habe ich genommen. Bin immer noch sick. Lass erst mal wirken. Ja gut, dann lass uns mal weiter suchen in der Zeit. Oh, guck ich gerade noch was. Ich nehme mal die Gummistiefel mit hier. Oh, eine neue Hose. Ah, ne, die ist nicht gut. Hier noch mehr Vitamine? Ah, die hast du schon gefunden, ne? Die kannst du aber gerne haben. Ähm, ich esse jetzt auch noch ein bisschen was. Und trinke was. Und dann sterbe ich wenigstens mit vollem Magen, ne? Dann kann ich was auskutzen. Oh, stimmt. Ein paar Vitamine habe ich auch noch. Nehme ich auch mal gerade. Darf ich die Adrenalin reinhauen? Ja, wenn ich am Boden liege schon. Aber ich glaube, es wird immer farbloser hier. Trink mal was. Brauchst du irgendwas zu trinken noch? Ich habe gerade eine Cola getrunken und esse gerade Thunfisch. Ich würde keinen Thunfisch essen, wenn mir schlecht wäre. Du, ich esse alles hier, wenn es mich irgendwie rettet. Jetzt esse ich noch eine Zucchini hinterher. Oh, auch was Neues. Was denn? Wenn man jetzt in die First Aid Kids reinschauen möchte, muss man die nicht in die Hand nehmen. Man kann mit Rechtsklick auf View Contents machen. Oh, cool. Genau wie bei den anderen auch. Super. Zeig mal, was da jetzt irgendwo liegen? Will ich mal sehen. Oh, ich habe da was zu trinken dabei. Ich glaube, ich das jetzt erst sehe. Was ist das denn? Das habe ich alles bei mir hier in meinem Rucksack. Ach so. Okay. Aber gut zu wissen. Was ist das hier? Painkillers? Schmerzen hatte noch keiner, aber ich nehme das einfach mal mit. Also wieder was. Also auch noch was Neues. Super. Schön. Joa. Hier. Schluck Desinfektionsmittel. Soll ich? Nein, du stirbst dadurch. Ja, das ist mir schon mal passiert im Hochhaus. Weißt du noch? Ja. Erst lieber noch eine Zucchini. Wie das aussieht, wie das diese Zucchini isst. Du hältst sie wie ein Mikrofon. Ich habe mir noch mehr Antibiotika rein. Und so runter spülen noch ein paar Vitamine. Auch ein Painkill auch gleich hinterher. Ich nehme jetzt alle Tabletten, die ich habe hier. Was soll schon passieren, ne? Oh, hier liegt eine Voraussetzung-Zucchini. So. Dann mache ich noch das hier auf. Und dann ist es auch noch. So. Ich bin immer noch sick. Okay, wollen wir mal in der Polizeistation? Joa. Bevor ich ganz umfalle hier. Wo war denn das von hier? Rechts rum. Rechts rum. Ach da. Boah, ich glaube, die Farben werden immer weniger. Es ist schön, dass du erstmal was reibringen, was du gar nicht heilen kannst. Ja, ist doof, ne? Mir ist übel und ich kann nicht brechen. Hier oben war auch schon jemand. Hier ist nichts. Ah, hier ist nichts mehr, ne? Ne. Guckst du, geh mal runter. Oh, der Raum ist zu. Das ist aber jetzt fatal. Geh rein, töte alles. Und geh wieder raus. Ja, echt? Oh. Steht ein Zombie im Boden. Oh, I feel dizzy. Dizzy, nein. Ich werde gleich umfallen, glaube ich. Und die Episode ist gleich zu Ende. Joa, ist doch ein schöner Episodenabschluss. So, ich geh wieder raus, ne? Ja, komm, such dir mal ein gutes Gebüsch, wo du umfallen kannst. Ja, ich weiß ja nicht, wann ich umfalle. Es hat ja jetzt eine Weile gedauert von bis zu Dizzy, ne? Nein, ich bleibe auf der Straße. Wo wollen wir denn hinlaufen? Wieder nach Elektro. Ach, da komme ich gerade her. Das ist langweilig. Zum Airfield. Äh, ich möchte auch mal die ganz neue Stadt sehen, wo du gerade vorhin gestorben bist. Die ist nicht ganz toll, da waren wir auch schon 30 Mal. Ne, in der, ich geh... Das war nicht 30 Mal. In der, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Die, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die über Svetlo halt, da wo der Feuer war. Ja. Die ganze Garagen und alles. Ach ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Tja. Wir können auch Selbstbord machen. Nein. Vielleicht überlebe ich es ja. Ja, gut. Wollen wir zum Todeschiff? Nein. Never. Ich glaube, wir gehen nach Elektro zurück. Okay, weißt du was? Ja, okay. Lass uns schon mal losgehen. Das schaffen wir die Episode eh nicht mehr. Nee, das auf keinen Fall. Elektro. Ich hätte gerne Schusswaffe. Lass uns mal hier in die Kneipe. Lass uns mal hier in die Kneipe. Lass uns mal in die Kneipe. Lass uns mal in die Kneipe. Vielleicht finde ich da eine. Ich habe auch bald keine Farben mehr. Ich glaube, ich lebe nicht mehr lange. Ja, dann gebe ich dir keine Waffen. Ein Bier. Das ist jetzt die Wunderheilung für dich. Ja. Wenn du die Waffen mal ziehen würdest, ne? Bist du im ersten Stockwerk? Ja. Okay, du läufst nämlich an der Wand, ne? Du auch. Hm. Du hängst in der Ecke? Ja, ich lauf gerade weiter hier. Ich gucke mir die Räume an. Was liegt denn hier? Trinkflasche. Oh, du hast eine Flasche. Cool. Kantine. Sprühflasche. Joa. Mal hier einen Sack. Den Sack nehmen wir auch mit. Da kommen wir einen Rucksack draus stricken. Oder jemanden damit das Gesicht zugleistern. Ja, das Rope hebe ich mir jetzt auf. Ich will mir nämlich einen Angel bauen und keinen Rucksack. Da kommen, solange ich noch Farben habe. Was machst du denn? Wo bist du denn jetzt? Ich bin wieder runter. Ich bin jetzt auf der Straße. Was hast du denn jetzt mit der Axt vor? Ich bin das mit der Axt, Mann. Ja, was hast du damit vor, habe ich gesagt. Ich stehe nur hier, ähm, falls mich jemand angreifen will. Ach so. Gut, komm. Wir sind immer in der Z, ne? Okay, ich fühle mich lightheaded. Ähm. Wir müssen aufhören. Gut. Komm. Ich seh' dich nicht mehr, Ada, bei dem Müllton. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und freu dich auf die nächste Episode. Vielleicht lebe ich dann noch, vielleicht auch nicht. Bis dann, tschüss.